P wie Pullstoff. Dieses hier ist ein sogenannter Pullstoff. Pull bedeutet Polyurethan laminated und es ist in den meisten Fällen ein Polyesterstoff, der mit einer ganz dünnen Schicht Polyurethan beschichtet ist. Das Polyurethan verhindert das Durchdrängen der Nässe von innen nach außen, ist aber auch atmungsaktiv. Es lässt Luft hinein und es kann ganz leicht auch etwas Wasserdampf nach außen entweichen, aber jetzt nicht so, dass sich eben wirklich Wassertröpfchen bilden und die Windel außen nass ist. Diese Beschichtung befindet sich hier auf der Innenseite und kommt nicht an die Haut. Die Beschichtung ist natürlich empfindlich und du solltest aufpassen mit Spitzenfingernägeln oder mit Spitzenringen.